Blaulichthelden, der Feuerwehr-Podcast. Servus, hallo und herzlich willkommen beim Feuerwehr-Podcast Blaulichthelden. Eine Rauchsäule, mehr als 30 Kilometer weit sichtbar. In Wolfurt, in Vorarlberg, da steht ein Batteriewerk in Vollbrand. Mehr als 15 Tonnen Batterien und Akkus brennen. Im Februar 2024, kurz vor halb acht in der Früh. Dieses Industriegebäude steht in einem Gewerbepark mit vielen anderen Unternehmen. Und dieser Einsatz bringt besonders viele Herausforderungen für die Einsatzkräfte. Kontaminiertes Löschwasser zum Beispiel. Darüber sprechen wir in dieser Folge. Ich bin Marcel Kilic und bei mir zu Gast ist der Feuerwehreinsatzleiter Johannes Batlock. Er ist Kommandant der Ortsfeuerwehr Wolfurt. Johannes, herzlich willkommen. Hallo Marcel, vielen Dank für die Einladung. Und auch bei mir ist Martin Piller. Er ist der Brandschutzbeauftragte bei der Firma Meusburger Immobilien. Das betroffene Batteriewerk ist hier eingemietet. Und Martin Piller ist auch freiwilliger Feuerwehrmann, Zugskommandant und Ausbildungsleiter bei der Ortsfeuerwehr Lingenau. Es ist das erste Mal, dass hier im Podcast ein Brandschutzbeauftragter zu Gast ist. Martin, vielen Dank fürs Kommen. Freue mich sehr. Danke für die Einladung, Marcel. Sehr gerne. Johannes, aus Sicht der Feuerwehr, gib uns einen kurzen Überblick. Was ist da genau passiert bei dir in Wolfurt? Ja, es war ein Vollbrand in einem Gewerbepark, in einem recht großen Gewerbepark, wo mehrere Unternehmen eingemietet sind. Und dort waren tatsächlich bis zu unserem Eintreffen bereits zwei Brandabschnitte in Vollbrand mit einem massiven Brand, also Flamme und auch Rauchwolke, die weit über die Ortsgrenzen von Wolfurt sichtbar waren und dementsprechend auch uns gefordert haben beim Löschen und beim Vorgehen einsatztaktisch. Ich habe gehört, die Rauchsäule war zu sehen bis nach Rangweil auf jeden Fall und das ist ungefähr 30 Kilometer weg von euch. Ja, die Rauchsäule ist tatsächlich über das Ganze, hat man im ganzen Rheintal gesehen. Die war ganz massiv. Es ist auch wirklich extrem schnell gegangen. Innerhalb von ein paar Minuten von der Alarmierung. Der Gewerbepark ist komplett über eine Brandmeldeanlage geschützt. Und innerhalb von kurzer Zeit von der Auslösung der Brandmeldeanlage, die wirklich in der Regel sehr schnell ist, bis zum Vollbrand vergingen nur wenige Minuten. Tatsächlich fand für uns die Alarmierung sehr schnell statt. Die Erhöhung auf Vollalarm, Vollbrand und durch die Geschwindigkeit entstand auch die massive Rauchwolke und die extreme Sichtbarkeit. Also tatsächlich im kompletten Rheintal und das ist doch ein bisschen groß, war das sichtbar und wurde der Brand auch wahrgenommen. Wir haben dementsprechend auch Bild- und Videoaufnahmen erhalten, wie das überall sichtbar war und doch in der Bevölkerung wahrgenommen wurde, der Brandeinsatz von uns. Martin, du bist Brandschutzbeauftragter auf diesem gesamten Areal bei der Firma Meusburger Immobilien. Und da sind verschiedene Unternehmen bei euch eingemietet. Also es ist eigentlich ein gesamter Gewerbepark und dieses Batteriewerk ist Teil davon. Gib uns einen Überblick, was ist das für ein Areal? Was ist dein persönliches Einsatzgebiet als Brandschutzbeauftragter? Ich bin als Brandschutzbeauftragter zuständig für die Firma Meusburger. Einerseits für das Stammwerk, wo wir Spritzgussformen für den Werkzeugbau fertigen. Und andererseits auch für die Firma Meusburger Immobilien. Dort ist es so, dass wir angrenzende Fläche zur Verfügung stellen für die verschiedenste Gewerbenutzung. Da kann man sich darunter vorstellen, das ist einerseits das Bürogebäude, ein dreistöckiges Bürogebäude mit einer gemischten Nutzung. Einerseits hat man da einen klassischen Masseur oder Psychotherapeut, Physiotherapeut, EDV-Dienstleister wie auch Lagerfläche beheimatet. Andererseits gibt es die klassische Gewerbefläche, wo eine Firma in Form einer Zerspannungstechnik Materialien herstellt. Oder andererseits auch der benannte Batteriehersteller First- und Second-Life-Batterien dort produziert und auch dementsprechend lagert. Also ein spannendes Einsatzgebiet vom Esoteriker bis zum Batteriewerk bei dir vor der Haustüre. Ganz genau. Ich vermisse deinen Vorarlberger Dialekt ein bisschen. Du kommst eher aus meiner Gegend, oder? Ja, das ist richtig. Das ist auch unschwer zu erkennen. Der richtige Vorarlberger Dialekt, auch wenn ich jetzt im Regenser Wald beheimatet bin, fehlt mir. Was wichtiger ist, ich verstehe meine Wälder Kollegen, wie man da im Dialekt sagt, komme aber ursprünglich aus Osterösterreichs, aus Wiener Neustadt und bin dort auch bei der Freiwilligen Feuerwehr gewesen und mittlerweile schon über 25 Jahre Feuerwehrdienst in Ehrenamt. Spannend. Also Doppelfunktion. Johannes, beschreib uns, wie ist das dort abgelaufen? Also hast du schon gewusst im Vorhinein, dass es sich um ein Batteriewerk handelt oder bist du dahin alarmiert worden zum Gewerbegebiet in Summe? Wie läuft das ab? Tatsächlich war das der dritte Einsatz bei den Batterienherstellern. Dementsprechend waren wir vorbereitet. Wir hatten erst im November vergangenen Jahres eine Dienstgradschulung speziell auf diesen Hersteller getrimmt und haben die Örtlichkeiten besucht und auch mit Unterstützung von Martin Peller eine Schulung durchgeführt, die uns auf die Akkutechnologie vorbereitet und dementsprechend die Löschversuche. Von dem her waren wir sehr gut vorbereitet und wussten, wie die örtlichen Gegebenheiten sind und auch auf was wir achten müssen beim Einsatz, da ein Löscheinsatz bei einem Akkuhersteller nur mit Wasser passieren darf und da gängige Löschmittel wie Schaum, Kefs oder andere Mittel, andere Additive nicht zum Einsatz kommen dürfen. Dementsprechend waren wir recht gut vorbereitet. Schon bei der Alarmierung wussten wir, auf was wir achten müssen. Da ist eine Frage gekommen über Social Media von Michael von der Freiwilligen Feuerwehr Weyer. Der fragt eben, welches Löschmittel habt ihr eingesetzt? Das hast du schon vorweg gegriffen. Es ist Wasser. Warum darf man einen Akkubrand, einen Batteriebrand nur mit Wasser löschen? Was ist die Lehrmeinung dahinter? Grundsätzlich ganz einfach. Ein Akku ist eine elektrische Anlage und für elektrische Anlagen gibt es die Möglichkeit, das mit Wasser zu löschen oder zu ersticken. In dieser Menge steht uns Kohlendioxid nicht zur Verfügung. Von dem her kommt nur Wasser hier zum Einsatz. Was ganz interessant ist als Side-Fact, wir haben 825 Kubikmeter Wasser an dem Tag benutzt, um den Brand zu löschen oder in den Griff zu bekommen. Also schon ganz massive Wassermengen, die wir da aufbringen mussten. Welche weiteren Dinge sind da dabei bei der Brandschutzschulung, die du beim Matten bekommen hast, auch bei der Übung im Vorfeld? Was sind so die goldenen Regeln, die ihr da mitbekommen habt im Fall des Falles, wenn bei diesem Gewerbegebiet mal was passiert? Also die goldenen Regeln natürlich die örtlichen Gegebenheiten kennen. Wir wussten genau, wo sind die Brandschutztüren, wo ist was gelagert. Wir wussten von vornherein, wie das Lager ausschaut, wie die Produktion ausschaut, wie das aufgebaut ist. Und wussten auch ringsum, wo das Hydrantennetz ist, wie die Zubringerleitung ausschaut, Zufahrten, wo wir uns bewegen dürfen und alles. Und da hatten wir einfach eine sehr gute Ortskenntnis. Das half uns natürlich, den Einsatz dementsprechend sauber zu organisieren und auch Strukturen aufzubauen. Wir hatten über 250 Feuerwehrkräfte am Einsatzort. Und das muss natürlich organisiert sein und dementsprechend saubere Strukturen aufgebaut werden. Auf der anderen Seite natürlich das Wissen um den Akku. Wie bekommen wir so einen Akku in den Griff? Wie löschen wir den? Wie sind überhaupt die Zustände des Akkus? Es macht einen massiven Unterschied, ob ein Akku geladen ist oder ob er entladen ist. Neue Akkus werden immer entladen, gelagert und auch zusammengebaut. Und erst mit der Funktionsprüfung werden sie einmal geladen und nachher wieder entladen. Beim Brandeinsatz letztes Jahr im Mai war das so, dass wir vollgeladene Akkus hatten im Brandeinsatz. Da ist viel mehr Energie dahinter, als wie bei diesem Einsatz, der schon auch massiv war. Aber von der Tonnage her, ein Akkus viel höher. Aber im Gegensatz, durch das, dass die Akkus nicht geladen waren, war die Energie, die herauskam, wesentlich geringer und der Brandeinsatz ein anderer. Also das Löschen war anders, als wir tatsächlich von einem vollgeladenen Akku. Und wenn wir so Informationen haben, dann hilft es uns, zum richtig darauf reagieren und dementsprechend saubere Maßnahmen zu setzen, die wir dann auch getroffen haben. Dazu möchte ich jetzt gerne ergänzen. Von Johannes ist jetzt schon angesprochen worden. Die Lagerung, beziehungsweise der Ladezustand, der ist tatsächlich wichtig, weil in diesem Ladebereich, also in dem Lagerbereich, dürfen 10 Tonnen Lithium-Ionen-Batterin gelagert werden. Und die sind alle in einem Ladungszustand bis maximal 30 Prozent gelagert. Und somit sind sie auch für den Transport ADR fähig. Im Gegensatz natürlich zum Testbereich, wo dann die Ladezyklen einmal voll durchgespielt werden. Da hat man halt wirklich Batterien mit 100 Prozent Ladungszustand. Und somit ist der Energiewert ein ganz anderer, wie wenn man jetzt nur unter Anführungszeichen die 30 Prozent hat. Eine Frage ist gekommen von der Nadine von der Freiwilligen Feuer Offenbach. Sie möchte mehr wissen über die Art der Batterien. Was passiert in diesem Batteriewerk eigentlich genau? Ist das ein Produktionswerk? Wird er recycelt? Was passiert da, Martin? Ja, es ist so, wie zuerst schon kurz angesprochen, ist dieser Batteriehersteller darauf spezialisiert, im Sinne der Nachhaltigkeit Second-Life-Batterien ein neues Leben einzuhauen. Das heißt, es sind vorwiegend Batterien, die aus dem E-Mobilitätsbereich kommen und dort nach einem dementsprechenden Qualitätstest beim Fahrzeughersteller dann eingekauft werden und ein zweites Leben bekommen im Sinne, dass sie dann zu einem Energiespeichersystem umgebaut werden. Und klassisch ein großer Stromspeicher für Photovoltaikanlagen beispielsweise darstellen. Zudem hat man natürlich dort auch First-Life-Batterien, also Zellen, die was neuwertig sind. Aber die hauptsächlichen Batterien, die verwendet und verbaut werden, sind sogenannte Second-Life-Batterien. Kann man zur Brandursache schon irgendwas sagen? Das fragt uns die Kathi von der Freiwilligen Feuerwehr Minning. Das wäre natürlich besonders spannend. Die Brandursache ist jetzt noch Gegenstand der Ermittlungen und noch nicht zur Gänze geklärt und somit kann ich da keine nähere Nanker machen. Wie ist denn die Brandcharakteristik? Worauf muss ich mich da als Feuerwehrmann oder als Feuerwehrfrau einstellen? Brennt dieses Gebäude anders als ein gewöhnlicher Gewerbebetrieb? Also ihr habt es schon erwähnt, Löschwasser ist das Löschmittel der Wahl. Aber was muss ich da noch beachten? Ist es im Endeffekt von der Herangehensweise wie jeder Brand bei einem Gewerbegebiet oder gibt es besondere Dinge, die da noch auf mich zukommen? Also grundsätzlich muss ich zugeben, wir haben weniger Erfahrung mit brennenden Gewerbeparks. Von dem her kann ich nichts sagen, wie andere Gewerbeparks brennen. Das ist doch eher eine Ausnahmesituation, vor allem in der Massivität. Was für uns aber total überraschend war und uns wirklich schon gefordert hat, ist die Geschwindigkeit, in der wirklich eine ganze Lagerhalle im Brand gestanden ist. Wir hatten angrenzend zum Brandausbruch, ist die Produktion, ist ein eigener Brandabschnitt, wirklich getrennt durch Brandschutztüren. Und wir haben Fotos, ein Foto ist um 7.35 Uhr entstanden. Da hat es keinen Anschein gemacht, dass die Halle brennt oder dass dort wirklich Brand ist. Und wir haben uns auf die Lagerhalle konzentriert. Um 7.39 Uhr steht die Produktion in Vollbrand. Also dieses zweite Foto entstanden ist und innerhalb von vier Minuten von dem, dass wir nicht gewusst haben, dass es drin brennt, bis zur kompletten Durchzündung, hat die Produktion wirklich komplett gebrannt. Und der Brandabschnitt war in Vollbrand. Und das war für mich als Feuerwehrmann wirklich sehr überraschend, wie schnell das gehen kann. Dementsprechend haben wir zwei Fokuse gesetzt. Einmal natürlich schauen, dass der Brand nicht weiter ausbricht. Aber zum anderen haben wir uns auch schon fokussiert auf die angrenzende Industrie. Weil wenn das weitergeht, dann geht es dann ganz schnell in Richtung angrenzende Industrie. Das ist die Firma Meusburger. Und die ist nur ein paar Meter entfernt von dem Gewerbepark. Und dort haben wir schon Maßnahmen gesetzt, haben wir Sprinklerleitungen installiert, damit wir, sollte uns der Brand weiter durchgehen, dass wir dann zumindest die Nachbarobjekte schützen können. Welches Sonderequipment war da vor Ort? Mit welcher Ausrüstung ist deine Mannschaft angerückt? Wir selber haben bei der Alarmierung vom Vollbrand im Alarmplan zwei Hubrettungsgeräte. Einmal unseren eigenen Steiger und zum anderen die Drehleiter Bregenstadt mit dabei. Wir haben dann recht schnell noch die Drehleiter der Stadtfeuerwehr Dornbier nachalarmiert. Und somit konnten wir wirklich den Brand sehr gut von oben löschen. Wir haben die Brandabschnitte aufgeteilt. Die Feuerwehr Wollfurt hat mit vier Atemschutztrupps einen Angriff über den Wareneingang zur Lagerhalle gemacht. Und die Feuerwehr Lauterach, die unsere Nachbarwehr ist, ebenfalls mit zwei Zügen vor Ort, hat den Angriff auf der Produktionsseite übernommen und dort das gemacht. Da der Brand mitten im Gewerbepark war und vorne das Bürogebäude, hinten das Hochregallager war, war die Abstimmung zwischen den Abschnitten schwierig und auch die Distanz recht groß. Und wir mussten da wirklich uns komplett aufteilen, damit wir da von beiden Seiten koordiniert vorgehen können. Schlussendlich waren vier Hubrettungsgeräte im Einsatz. Später haben wir noch den Steiger Götzes alarmiert, der eine höhere Reichweite hat und der uns dort unterstützt hat. Also Sonneneinsatzmittel waren speziell nur die vier Hubretter im Einsatz, die uns aber gerade massiv unterstützt haben im Löschen von oben und wirklich auch den Einsatzerfolg mit unterstützt hat. Martin, der Johannes hat uns Einblicke gegeben. Vier Minuten war der Zeitwert, den er genannt hat. Wie erklärst du dir das als Brandschutzbeauftragter, dass das so schnell geht? Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, für mich war das auch sehr überraschend. Wie angesprochen, bin ich auch selbst bei der Freiwilligen Feuerwehr, ich war zehn Jahre lang hauptberuflich Feuerwehrmann am Flughafen in Wien schwächert. Somit natürlich auch mit dem einen oder anderen Brandverlauf schon zu tun gehabt vor Ort. Und bei diesem Alarm, beziehungsweise nachfolgend bei dem Großeinsatz war es so, ich selbst habe mich im Bereich des Büros von der Firma Meusburger befunden, habe einen Alarm aufs Handy bekommen und habe gesehen, dass ein Handfeuermelder ausgelöst hat. Und habe mich sofort zum Gebäude, das ca. 250 Meter entfernt ist, fußläufig begeben. Und dann ging es sehr rasch, also es war um 7.22 und 17 Sekunden ist der besagte Handfeuermelder von einem geschulten Personal, also einer Mitarbeiterin, die auch geschult ist auf erste und erweiterte Löschhilfe. Die hat erst unlängst davor nämlich eine Löschübung bekommen, ausgelöst worden und um 7.22 und 33 Sekunden, also wirklich nur ein kurzerer Zeitraum später, war gleichzeitig Auslösung von drei Stück optische Rauchmelder, die dort auf der Decke installiert sind. Und es erfolgt dann gleich mal die Alarmierung zum Brandalarm über die Rettungs- und Feuerwehrleitstelle Vorarlberg. Diese hat mich dann telefonisch als Brandschutzbeauftragter auch informiert. Und zu diesem Zeitpunkt, noch laufend zum Brandobjekt, beziehungsweise dort eigentlich noch zum Einsatzort, habe ich schon eine Rauchentwicklung über die Rauch- und Wärmeabzugsanlage gesehen. Darauf dies gleich der Rettungs- und Feuerwehrleitstelle mitgeteilt. Und wie ich vor Ort war, das war um 7.26 Uhr, also mir spreche jetzt vier Minuten nach der ersten Alarmierung, bin ich vor dem Gebäude gestanden und mir hat einen offenen Dachstuhl brandt. Und nicht nur ich, war verwundert auch der Disponent, den ich bekannt gegeben habe, er soll auf die Alarmstufe F4 erhöhen. Das ist ein vollbrandinges Gebäude, beziehungsweise offener Dachstuhlbrand. Und dass der Brandverlauf wirklich so immens verlaufen ist, das war auch für mich eine neue Erfahrung, eine lehrreiche Erfahrung. Das glaube ich gerne. Ja, im Nachgang habe ich das natürlich auch probiert jetzt zum Eroieren. Und die Brandausbruchstelle ist ja durch die Mitarbeiterin, die den Brand entdeckt hat, auch eingrenzbar gewesen. Und das ist dort ein Bereich, wo Batterien gelagert werden. Also wir sprechen davon, Schwerlastregal, wo auf zwei Regalebenen jeweils drei Euro Palette je Ebene mit Batterien, die in einer Gewichtsmarge von ca. 50 Kilo pro Palette gelagert werden. Und ja, die Intensität, die dadurch ausgegangen ist vor den sechs Paletten, hat dazu geführt, dass wir einen offenen Dachstuhlbrand bekommen haben. Du hast gesagt, sechs Paletten im Schwerlastregal. Gibt es da besondere Brandvorschriften, Brandschutzvorschriften? Wie muss man so eine große Menge an Akkus an Batterien lagern? Ja, eigentlich muss man es ja berichtigen. Es ist ja keine große Menge. Wir sprechen da von sechs Paletten, wo jeweils ca. 50 bis 100 Kilo pro Palette gelagert werden. Also wenn man sagt, im Brandabschnitt dürfen rechtlich zehn Tonnen Batterien gelagert werden, sind die sechs Palette jetzt mit 100 Kilo, sind ja jetzt keine große Brandlast von der Menge her, wenn man es so sieht. Zudem haben wir vor der Gebäudehöhe, wir haben eine große Raumhöhe, über sechs Meter ist die Produktions- bzw. Lagerhalle, die sind gleich hoch. Und dort ist die Lagerung so, dass die zweite Ebene, also die höhere Ebene von Schwerlastregal, die Batterie auf maximal vier Meter Oberkante gelagert wird. Das heißt, wir haben da schon einen Abstand zum Dachbereich bzw. haben wir auch rundherum einen Brandschutzstreifer, der brandlastfrei gehalten wird und der ist auch brandlastfrei gehalten. Und trotz dessen haben wir diese Auswirkungen gehabt. Jetzt ist es unterm Strich, man liest es auch online, überall ist dieser Einsatz sehr gut abgelaufen. Aber was könnte denn da alles passieren? Welche Gefahren muss ich als Einsatzkraft und auch als Brandschutzbeauftragter bedenken? Was könnte da im Worst-Case-Szenario vorgehen? Also tatsächlich ist es sehr vielschichtig. Der Einsatz ist tatsächlich sehr gut verlaufen. Ich bin da sehr zufrieden. Wir hatten sehr schnell sehr viele Einsatzkräfte. Wir haben sehr schnell nachalarmiert. Also grundsätzlich haben wir bei F4-Alarmierung schon wirklich vier Feuerwehren, die mit alarmiert werden, die dann innerhalb von zehn Minuten wirklich am Einsatzort waren. Das sind bei uns, bei der Feuerwehr Wolfe circa 50 Einsatzkräfte, bei der Feuerwehr Lautrach nochmal 50 Einsatzkräfte. Und dann kommt noch die Feuerwehr Bildstein mit dem Atemschutz-Sammelplatz und Tanklöschfahrzeug und die Feuerwehr Bregenstadt mit TLF und Drehleiter zum Einsatzort. Das heißt, wir haben wirklich innerhalb von, und die sind in zehn Minuten nach der Alarmierung am Einsatzort, was schon sehr schlagkräftig ist. Und das läuft, das war aus meiner Sicht Erfolgsentscheidung für den guten Löscherfolg und für das schnelle Szenario. Wenn das nicht der Fall ist, kann sich der Einsatz ganz massiv anders entwickeln. Wenn die Löschversuche, die ersten Löschversuche noch sehr zögerlich sind, dann wird das Feuer immer noch größer und greift natürlich andere Brandabschnitte über und versucht dann einen dementsprechenden großen Brand. Der Brandeinsatz war Anfang Februar bei uns in den Energieferien oder Semesterferien. Da hat es normalerweise minus 15, minus 20 Grad, dementsprechend Schnee und Eisfahrbahn und alles. Und das macht natürlich einen Löschansatz, wo massiv Wasser benötigt wird, nochmal schwieriger. Wenn die Schläuche einfrieren, wenn die Strahlrohre einfrieren, wenn da alles Mögliche passiert, wird das schon noch eine Herausforderung. Auf der anderen Seite, wir haben massiv Wasser gebraucht, das komplette Wasser wurde aus dem Hydrantennetz bezogen. Spitzenleistungen aus dem Hydrantennetz waren 4.350 Liter in der Minute, was schon eine ordentliche Nummer ist. Das Hydrantennetz, also der Gewerbepark liegt in einem Industriegebiet, das die nächsten Jahre stark erweitert wird. Und das Hydrantennetz ist schon auf die Erweiterung ausgelegt, was uns in dem Fall geholfen hat. Vor zwei Jahren war das noch ganz anders. Da war das Netz einfach auf den Bestand ausgelegt, da hätten wir uns um weitere Wasserversorgungen kümmern müssen. Und im Februar sind auch die Bäche nicht gerade hochwasserführend. Also da wirklich Alternativen herzubekommen, wäre eine Herausforderung gewesen. Also da haben wirklich sehr viele Faktoren mit hineingespielt, dass der Einsatz erfolgreich war und das tatsächlich so abgelaufen ist, wie er dann abgehandelt werden konnte. Und da hatten wir wirklich, also kann man so sagen, da hatten wir zum einen Glück und zum anderen natürlich wirklich massive Einsatzkräfte am Einsatzort, die schnell eingreifen konnten. Und das hat einfach alles sehr gut in die Karten gespielt. Der Adrian von der Freiwilligen Feuerwehr Mauer-Kirchen, der möchte mehr wissen über Kontamination, gerade wenn es um Chemikalien geht. Dieser Rauch, der da aufsteigt, wir haben gesagt, mehr als 30 Kilometer weit ist der sichtbar und man riecht diesen Rauch natürlich in der gesamten Umgebung. Ist das ein Brandrauch, der in irgendeiner Form gefährlicher ist oder von der chemischen Zusammensetzung dann auch anders als bei einem gewöhnlichen Wohnhausbrand? Ich muss dazu natürlich sagen, ich bin jetzt kein Chemiker. Das, was ich jetzt als Beteiligter am Einsatz auf alle Fälle sagen kann, ist, man hat gesehen aufgrund der vorherrschenden Brandlast, das war natürlich gut durch die Flammenzungen zu erkennen, der Bereich des Brandrauches, der aufgestiegen ist, das war ein Hochtemperaturbereich. Also wir hatten da eine gute und vollständige Verbrennung von allem, was im dementsprechenden Brandabschnitt da gelagert war und auch in der Umgebung. Und das hat dann sicher geholfen, dass der Rauch auch dementsprechend dann aufgestiegen ist beziehungsweise die Schadstoffe verbrennt worden sind, wo man schon sprechen muss. Also vor der Rauchentwicklung, es war vergleichbar mit einem Brand in einem Bauernhof, mit einem gewöhnlichen Industriebrand, wo wirklich der schwarze Rauch aufgestiegen ist. Und da hat uns das sicher mitgeholfen, dass der Temperaturbereich und die Thermik hoch waren. Also tatsächlich, die Thermik hat die Rauchsäule sehr gerade nach oben getrieben. In der Umgebung war kein Rauch, also im Nahbereich noch sonst wo. Wir haben dann auch zur Sicherheit den Landeschemiker alarmiert, sind mit dem auch ins Umfeld, ins Umland gefahren, haben dort geschaut, wo zieht der Rauch hin, kommt der irgendwo runter oder sowas. Der ist schön in der oberen Ebene geblieben und hat sich nicht zum Boden abgesenkt. Im Rheintal sind mehrere Luftgütestationen aufgestellt. Und bei den Luftgütestationen, die wurden kontrolliert, da wurden keine erhöhten Messwerte festgestellt. Das heißt, auch von dem her war keine Gefahr vorhanden. Aber nichtsdestotrotz waren sehr viele Atemschutzträger im Einsatz. Und die haben wir dementsprechend nachversorgt, dass wir dort dann wirklich sehr schnell die kontaminierte Wäsche ausgetauscht haben. Wir haben Industriewaschmaschinen bei uns im Feuerwehrhaus. Und bevor quasi die Wäsche irgendwo in den Spind oder in den Umlauf kommt, wird die bei uns wirklich gewaschen, damit auch die Feuerwehr hier versorgt ist und keine Kontamination stattfindet. Im Gebäude waren nur Atemschutzträger im Einsatz. Ist da eine Dekostation, die Kontamination der Einsatzkräfte vor Ort, dann auch notwendig nach dem Atemschutzeinsatz? Das wäre jetzt etwas, was uns sicher geholfen hätte. Hatten wir hier nicht im Einsatz. Wir haben das quasi manuell aufgebaut, aber nicht sehr professionell. Das ist sicher so ein Lessons learned, wo wir noch besser werden können mit der Schwarz-Weiß-Trennung, dass wir hier sauberer werden. Aber es war in dem Fall tatsächlich so, wir hatten insgesamt 22 Atemschutztrupps im Einsatz. Die haben 37 Einsätze gemacht. Da war es dann wirklich schwierig, das sauber zu dekontaminieren, weil einfach die Masse an Atemschutztrupps, die drin waren, das waren gleichzeitig bis zu zwölf Atemschutztrupps, die im Gebäude waren und gelöscht haben. Das musste zuerst logistisch gehandelt werden und die Nachbereitung, da können wir noch besser werden. Ja, das ist natürlich ein Thema, wenn so viele Atemschutzgeräteträger da gleichzeitig fertig werden, denen dann auch irgendwann mal die Luft ausgeht. Die Kontamination macht natürlich keinen Sinn, wenn ich alles Gerät schon abgelegt habe. Also das kann ich mir vorstellen, dass da logistisch einige Herausforderungen zusammenkommen, die sich in der Theorie da vielleicht leichter anhören. Wie schaut es aus mit Kontamination des Löschwassers und natürlich auch des Brandguts? Da kommen einige Fragen über Social Media, da merkt man, wie interessiert die Community ist. Also großes Lob echt an der Stelle. Da fragt zum Beispiel der Manuel, es fragen viele, aber Manuel hat das sehr pointiert formuliert von der Freiwilligen Feuerwehr Adelwang. Was passiert mit kontaminiertem Löschwasser? Gibt es da eine Art von Rückhaltung? Ist das kontrollierbar überhaupt, bei dieser Menge an Wasser, die da hineinfließt? Ja, haben wir gemacht. Wir haben die Wasserwirtschaft mit alarmiert. Die hat uns unterstützt bei der Löschwasserrückhaltung. Wir haben eine, also zum einen große Mengen vom Wasser, vom Löschwasser sind einfach verdunstellt. Das heißt, das Wasser, das tatsächlich geblieben ist, waren nicht sehr große Mengen. Wir haben eine Löschwasserrückhaltung gemacht, dementsprechend das ganze Wasser gesammelt und dann auch mit der ARA, mit unserer Abwasserreinigungsanlage, haben wir in Abstimmung das Wasser in den Kanal eingeleitet. Also das haben wir nicht eigenständig entschieden, das ist ganz wichtig, weil bei der ARA kann so Löschwasser zu Problemen führen. Wir sind mit ihnen übereinkommen, dass wir das Wasser in den Kanal einleiten dürfen, das Löschwasser. Und dann dementsprechend wurde das in der ARA behandelt, dass da keine Kontamination von irgendwelchen Grundwassern stattfindet beziehungsweise auch anderen Gewässern stattfindet. Aber das ist tatsächlich sehr wichtig bei diesem Einsatz gewesen, dass das sauber funktioniert hat. Ihr habt jetzt viel über die Löschwasserrückhaltung gesprochen. Wie funktioniert das in der Praxis? Wird da eine Art Ölsperre aufgelegt? Sind das große Behälter? Wo bekomme ich dieses Sonderequipment her? Ich meine, jetzt haben wir Hubsteiger, Hubrettungsgeräte, alles Mögliche an Sonderequipment und dann steht man da und fragt sich, wie halte ich dieses Löschwasser auf? Wie passiert das in der Praxis? Also tatsächlich haben wir uns da recht einfach beholfen. Wir hatten zwei Methoden. Das eine war einfach ein Plop, den haben wir ins Abflussrohr hineingesteckt und dann vom Kanal herausgepumpt. Und das andere war, wir haben eine Wassersperre, mit der können wir Bäche sperren. Sperren primär, also primär Reinsatzzweck ist tatsächlich Ölbinden oder auch eine Saugstelle aufzubauen. Und das haben wir aber genutzt, um quasi den freilaufenden Bach zu sperren und dann dort quasi das Wasser abzupumpen. Und da haben wir auch Sonder, also da haben wir tatsächlich auch einen Zorger noch geholt, der dann alles wirklich abgesaugt hat, dass da keine Restteile vorhanden oder zurückbleiben, damit wirklich die Umwelt geschützt ist. Und der hat das wirklich gereinigt, gespült und dann nochmal abgesaugt. Also technisch war es pragmatisch. Also wir hatten es recht einfach hier, aber tatsächlich die Nachbereitung hat dann schon ein bisschen gedauert und da mussten wir schon noch Sondermittel anfordern. Ergänzend zum Löschwasser und der Rückhaltung von Löschwasser ist natürlich auch das Brandgut ein heißes, sage ich jetzt einmal unter Anführungszeichen. Wir haben da eine Vielzahl von Batteriezellen, die teilweise zerstört sind, teilweise noch im guten Zustand, im Brandgut gelegen sind. Und eines, was man ganz klar sagen kann, ist natürlich, solange die im Freien liegen bzw. beaufschlagt werden mit Wasser oder im Wasserbad jetzt schwimmen, umso kontinuierter wird die Umgebung. Und da ist auch jetzt für die weitere Maßnahmen und die Reinigung dann was weiter folgend vor der Einsatzstelle und vor der Brandstelle Erfolger wichtig, dass man gerade in der Phase, wo jetzt die Nachlöscharbeiter sind, diese Batterien dann dementsprechend schon in dichte Behältnisse gibt und somit natürlich eine Vielzahl der Gefahren, sei es jetzt für das Erdreich, sei es für Gewässer, somit gleich eingrenzen kann. Und meiner Ansicht nach ist es wichtig, so wie die Dekontamination der Einsatzstelle und der Einsatzkräfte ein wichtiger ist, was gleich im Abschluss vom Einsatzerfolg dann erfolgen sollte, ist das ein Parallelereignis, wo man sagen muss, also speziell die Batterien, die dort vorhanden sind, gleich mal in sichere Gebinde bringen. Und das ist ein Sondermüll? Wer holt das ab? Wer entsorgt das? Wer holt das ab? Wer entsorgt das? Das soll jetzt nicht unser großes Thema sein, sei es jetzt für die Feuerwehr, wie auch für mich als Brandschutzbeauftragter, zählt einmal der Vorabergänter Brandschutz beziehungsweise für die Feuerwehr dann die Gefahrenabwehr. Und wir haben ganz klassisch jetzt die Gefahr, dass ein Erdreich verunreinigt werden kann, dass Löschwasser verunreinigt werden kann. und somit das Löschwasser dann ins Gewässer kommt. Und da ist es einfach ganz wichtig, dass man diese Gefahren, die was vorherrschen, gleich mal eingrenzen kann und bestmöglich schaut, dass man das in Gebinde... Man hat ja Witterungseinflüsse beispielsweise auch. Was ist, wenn ich jetzt am nächsten Tag Regen habe und das wird ausgespült? Da bin ich schon dazu getrachtet, dass das in einer Mulde und abgedeckt ist. Und somit örtlich nicht im wahrsten Sinne des Wortes wegschwimmen kann. Johannes, da möchte der Luca von der Feuerwehr Locher wissen, wie lange hat es eigentlich gedauert, bis das Feuer unter Kontrolle war? Da hast du schon ein bisschen was dazu erzählt. Aber bis zum endgültigen Brandaus oder der Phil von der Freiwilligen Feuerwehr Kaltenkirchen will wissen, wann war denn der Löscherfolg oder Brandaus dann erreicht? Tatsächlich, das hat sehr lange gedauert, bis wir Brand ausgeben konnten. Grundsätzlich war es so, nach 40 Minuten wussten wir, dass wir den Brand so unter Kontrolle hatten, dass die Nachbarbrandabschnitte geschützt wurden. Also wir konnten uns so auf die Stellen des Brandausbruchs konzentrieren und haben dort weitergelöscht. Die Schwierigkeit war tatsächlich, dass in diesen Bereichen die Schwerlastregale, die Martin erwähnt hat, zusammengebrochen sind und die ganzen Zellen quasi auf einem großen Haufen waren und dann durchgebrannt sind. Das hat mehrere Stunden gedauert. Wir waren da wirklich, also circa um 8 Uhr morgen, kurz danach wussten wir, wir hatten den Brand im Griff. Und das hat dann wirklich bis abends um 21 Uhr gedauert, um in die Haufen vorzukommen und wirklich alles zu löschen. Zum einen war das Hallendach einschutzgefährdet, zum anderen war es einfach eine extreme Hitze. Wir mussten dann teilweise wirklich mit Bagger dieses Hallendach abtragen, damit wir zu den brennenden Zellen kommen, weil einfach da die Gefahr zu groß war, da zu tief hineinzugehen. Nachdem um 21 Uhr in der Nacht haben wir dann mit den Abbrucharbeiten beendet und haben dann wirklich noch die ganze Nacht eine Brandwache gehabt am Einsatzort und die musste dann wirklich drei, vier Mal noch Nachlöscharbeiten machen. Zum einen im Bereich der Akkuzellen, zum anderen war aber auch das Büro, das gebrannt hat im dritten Obergeschoss. Das war sehr, sehr verbaut, war eine Holz-Stahl-Mischkonstruktion und da haben die Holzträger immer wieder zu brennen begonnen. Da mussten wir oft nachlöschen und war grundsätzlich auch eine sehr große Baustelle. Schussendlich Brand aus, offiziell war um 6 Uhr am Morgen, also 22,5 Stunden nach unserer ersten Alarmierung. Unglaublich, Mammutaufgabe. Genau, ja. Das ist eine Mammutaufgabe nicht nur für die Feuerwehr, sondern auch für uns als Eindümer und für die Nachbereitung. Jetzt ist das Feuerwehr gelöscht, jetzt ist Brand aus. Was folgt danach? Wir haben das Löschwasser, das aufgefangen worden ist, das, was dementsprechend zurückgehalten worden ist. Wir haben frühzeitige Messungen in Auftrag gegeben, dass man auch aussagekräftige Messwerte dann hat, wie gehen wir mit dem Löschwasser um. Aber es ist ja nicht nur das Wasser jetzt verunreinigt. Man muss ja davon ausgehen, dass angrenzene Erdreich verunreinigt ist. Und wir sprechen da im Brandgut selbst natürlich von mehreren tausend Zellen, Lithiumionen Zellen, die in verschiedensten Zustände dort gelagert sind. Wie bereits erwähnt, ist noch das Löschwasser dort vorhanden. Also da geht es wirklich darum, sobald die Einsatzstelle gesichert ist und von der Feuerwehr das Brand ausgegeben worden ist, dass man die Einsatzstelle dann danach bereitet und in Absprache mit den Behörden gleich die verschiedenen Sicherungsarbeiter macht. Einerseits Messungen durchführt, andererseits das kontaminierte Material dann abträgt beziehungsweise dann auch schaut, wo habe ich überall Verunreinigungen. Von der zuerst angesprochenen Thermik. Es war bei uns am Stammwerk, sind im Bereich des Daches immer wieder richtige Brocken gelegen, wo man gemerkt hat, die sind vom Dach beziehungsweise aus dem Brandgut gekommen und über die Thermik so aufgestiegen, dass die mehrere hundert Meter weit entfernt gelegen sind. Und das ist alles Material, das was dementsprechend dann nachbereitet werden muss und dann aufgesammelt werden muss. Sprechen wir noch über die gesamte Einsatzlogistik. Johannes, du hast erwähnt, 250 Feuerwehrleute waren vor Ort. Das wollte der Fabian wissen von der Freiwilligen Feuerwehr Oberwölbling. Wie viele andere Einsatzorganisationen waren da noch vor Ort? Und du hast gesagt 22 Stunden Einsatzdauer, teilweise zwölf Atemschutztrupps gleichzeitig im Einsatz. Die haben natürlich irgendwann einmal Hunger, die brauchen was zum Trinken, da ist eine Versorgung notwendig. Winter, es ist Februar in Vorarlberg. Was kannst du uns über die Logistik drumherum erzählen? Also tatsächlich, da fällt sehr viel an, an Sachen, die man mitdenken muss. In Summe waren 15 Organisationen dabei, angefangen von unserer Bürgermeisterin, Landesfeuerwehrinspektor, Bezirksvertreter, die Landeswarnzentrale war vor Ort, Polizei, Rotes Kreuz. Grundsätzlich Rotes Kreuz hat uns wirklich da auch sehr gut unterstützt. Zum einen hätte es Verletzte gegeben, wären die versorgt worden, aber auf der anderen Seite haben sie uns mit warmen Getränken und auch Speisen versorgt, dass wir wirklich gegessen haben und für die Einsatzdauer von über 22 Stunden durchhalten konnten. Auf der anderen Seite waren auch bei uns zehn Feuerwehren im Einsatz. Tatsächlich der komplette Löschkreis Hofsteig und auch umliegende Wehren wie Bregenstadt, Dornbirn und Götzis waren im Einsatz. Und da fällt viel mehr an, als wie bei einem kleinen, also bei einem Wohnhausbrand oder sowas, wo nach ein paar Stunden fertig ist. Da muss man an viel mehr Sachen ringsum denken, dass das alles funktioniert. Wir haben eine Atemluftfüllstation vorgehabt, die hat ja 280 Atemluftflaschen gefüllt. Und in Summe hatten wir über 2000 Einsatzstunden alleine von den Feuerwehren. Also da ist schon was los und da passiert schon was. Und da ist aber wirklich schön, dass das bei uns funktioniert hat, dass wir so gut zusammengearbeitet haben und die Zusammenarbeit zwischen den Feuerwehren sehr gut funktioniert. Also grundsätzlich funktioniert sie sehr gut. Und bei diesem Einsatz hat sich das nochmal gezeigt, dass das einfach gut ist, dass wir eine gute Infrastruktur haben. Motivierte und gut ausgebildete Einsatzkräfte sind schwer, das ist nicht möglich gewesen, diesen Plan zu löschen. Da möchte ich jetzt gleich Gänzern da noch ausführen. Du musst ja großes Lob an die Feuerwehr aussprechen. Einerseits natürlich die Logistik, die was hinter diesem Einsatz steckt, ist natürlich auch enorme. Und der Einsatzerfolg kann auch nur gewährleistet werden, wenn man den strukturiert abarbeitet. Und wir haben aus den Erkenntnissen von letzter Brandeinsatz zum Beispiel ganz klar auf die Kennzeichnungsweste auch gesetzt, wo ich als Brandschutzbeauftragter, als Fachberater jetzt vor Ort dann vom Betrieb aus zuständig war und gekennzeichnet war, dass sich die Fachinformationen, die mir als Brandschutzbeauftragter bekannt sein sollte, an die Einsatzleitung weitergebe. Wir haben verschiedenste Institutionen vor Ort gehabt. Und da ist es schon wichtig, wenn man eine Struktur hat und da kann man durchaus ein Lob aussprechen. Ja, vielen Dank. Also natürlich freut uns es. Und das zu Recht. Johannes Batlock, vielen Dank für den Einblick in diesen komplexen Einsatz. Dankeschön. Sehr gerne. Vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Und vielen Dank auch Martin Pieler. Das war eine Premiere. Das erste Mal ein Brandschutzbeauftragter zu Gast hier im Feuerwehr-Podcast Blaulichthelden. Anlass bezogen nach so einem großen Einsatz. Freut mich ganz besonders, dass du dich bereit erklärt hast, hier dabei zu sein. Dankeschön, Martin. Ja, danke Marcel, dass ich Teil der Premiere sein durfte. Und für mich als Brandschutzbeauftragter ist die Quittessenz-Brandalarme gehören ernst genommen. Aber wie gesagt, es können auch Großbrände sein. Absolut. Dankeschön. Ja, vielen Dank auch an euch fürs Zuhören. Wenn diese Folge für euch genauso spannend war wie für mich, dann teilt sie ganz einfach mit Freunden, Familie oder zum Beispiel in eurer Feuerwehr-WhatsApp-Gruppe. Das geht ganz einfach über das Teilen-Icon in eurer Podcast-App oder kopiert einfach den Link in einer WhatsApp-Gruppe. Abonniert Blaulichthelden auch sehr gerne, zum Beispiel auf Spotify oder Apple Podcasts. Dann seid ihr in Zukunft immer up-to-date. Wir hören uns hier wieder in zwei Wochen. Bis dahin. Ciao, servus und gut wäre. Bis zum nächsten Mal.